Oh, hier sieht das Ganze sogar noch was schöner aus. Ziehe den Bauern über Schachbratt, der spiegelt deine Bewegung gut. Ich hab's geschafft, scheinbar. So. Erfolg. Superschön. Ah, hier gibt es wohl noch einen Teil. Ah, ich hab jetzt auch ein schöneres Gewand an, oder? Zumindest ein Teil, der nicht ganz so schlimm von der Königin. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich wieder ein hässliches Gewand an. Ich dachte, hier gäbe es noch Teile, die nicht so von der Königin verdorben wurden. Na, zeig mal, was da drinne ist. Goldzahn. Eine Erinnerung. Das Zimmer ist wie ein Käfig, nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Ist mit ihrer Schwester irgendwas? Dass die sagt, es sind... Nein! Nein! Lauf! 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 Ja, das weiß ich. Oh. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Ah. Aua. Na? Oh. Au, au. Hallo? Hallo? Quito Ne, ich kann mal nicht durch, also weiter Da oben ist die Königin Ja, wir müssen der Königin einen Besuch abstatten Wir müssen wissen, was vor sich geht in diesem Wundergast, bleibt nicht zu lange, ein Wundergast, bleib gleich so Das war jetzt noch doofer Komm Nein Okay, man sollte die Kamera vielleicht auch drehen Oder vielleicht erst mal Und dann mal gucken, was da drin ist Oh Komm, schon Verdammt nochmal So, zack Hopp, hopp Ne Wie soll ich das denn machen Ich glaube Wir müssen da eine kleine Oh Pause einlegen Zack So Und Hm, das war schon zu spät Hm Hm Hopp, 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 hopp Ja Geschafft Wie inkompetent Kann man eigentlich sein Oh 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 Böse Na, komm, zeig dich Tut mir leid Ich habe einen anderen Gast, den ich bevorzugen muss Ich verschwinde So Hä Hä Also hier sind wir garantiert richtig Aber Wir haben da oben einen Hebel vergessen Hm Hm Ist natürlich doof So Ah So Hebel betätigen Okay Okay So kann man das natürlich auch machen Dann bin ich nicht da, wo ich hin wollte Dummerweise Katze, was sagst du mir? Die königlichen Waren dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer No one has to run on sich Oh yeah Aua Nein, 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 wohin Weg hier, weg hier Was wollen die alle von mir? Ah Oh Scheiße Natürlich möchte ich fortfahren Ich möchte den Typen ja irgendwie besiegen Wäre sonst ja etwas Äh, naja Scheiße vielleicht Wie kriege ich denn da weg? Ne Äh, ja Wie wäre es mit ein bisschen Wuhu Hallo Oh Aua Aua Oh Komm schon Oh Hoch So Da fehlt noch einer Nein, 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 weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Wie kriege ich denn kaputt? Boah Verdammt Verdammt Okay Okay Scheinbar kann ich ihn gar nicht töten Was Ähm Was ähm Ziemlich, ziemlich, ziemlich scheiße ist Ja, das hört sich irgendwie ekelhaft an Was hab ich denn da, was hab ich jetzt eigentlich gemacht? Was hab ich jetzt eigentlich gemacht? Oh, ich bin ja, ich bin ja nem sons